Hallo, wir möchten dir zeigen, wo du in unserer Software deine entsprechenden E-Formulare hinterlegen kannst. Wir befinden uns auf der Startseite. Gehe auf die 3-Zahnräder-Einstellung, auf den Bereich Formulare. Hier findest du eine Übersicht deiner hinterlegten E-Formulare. Rechts kannst du mit einem roten X die Formulare löschen. In dem Button daneben an kannst du die entsprechenden Formulare dir anschauen. Hoppenhandwerk stellt 5 bis 10 kostenfreie Formulare zur Verfügung. Darüber hinaus können diese Formulare passend zu deinen Papierdokumenten angefertigt werden und hier hinterlegt werden.